Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jeden Donnerstag analysiert unser Community-Moderator Vince für euch die Bitcoin- und Altcoin-Charts, damit ihr auch einen anderen Blickwinkel erhaltet und nicht nur meine Meinung hier auf dem Kanal zu sehen bekommt. Falls euch dieses Format gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt eure Analysewünsche zu Altcoins in die Kommentare. Bevor das Video startet, ein Hinweis zu einer sehr coolen Community-Aktion. Auf meinem Twitter-Kanal läuft ein 500-Euro-Gewinnspiel, bei dem jeder Teilnehmer sogar 20 Euro garantiert bekommt. Hierfür müsst ihr nur diese drei Schritte befolgen und das ist wirklich schnell getan. Ihr braucht keine Mindesteinzahlung oder ähnliches tätigen. Wer zusätzlich einen ersten Trade durchführt, egal in welcher Höhe, bekommt 20 Euro garantiert. Bislang gibt es noch nicht viele Teilnehmer, das heißt die Wahrscheinlichkeit, die 500 Euro zu gewinnen, ist aktuell ziemlich hoch. Geht gerne auf meinen Twitter-Kanal und macht mit. Link dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, willkommen bei der heutigen CoincheckTV-Kryptoanalyse. Ich bin Vince und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zuerst natürlich Bitcoin, was auch sonst. Und die erfreuliche Nachricht ist, wir sind ausgebrochen. Wir haben das höhere Hoch gemacht, jetzt nicht heute, aber in dieser Woche. Und das, was wir hier gesehen haben, ist, wir haben hier so eine Bullenflagge, die haben wir auch bullisch aufgelöst. Wir haben hier das höhere Hoch angelaufen und dann haben wir hier so eine Konsolidierung nach dieser Bullenflagge gemacht. Und immer wieder diese horizontale eingelaufen, beziehungsweise hier so ein horizontales Level ausgebildet und sind da schön ausgebrochen. Ordentliche Kerze, läuft raus, sieht jeder, ist ein Breakout. Und was wir dann nachgesehen haben, ganz traumhaft ein Retest auf die Ausbruchszone zurück. Das ist etwa so, klar, es hätte auch das letzte All-Time-High sein können. Der ist jetzt aber direkt aus der Ausbruchszone gekommen. Und jetzt konsolidieren wir hier so. Das, was wir jetzt erwarten, ist erstmal, dass wir jetzt die Bewegung nach hier oben machen. Wenn der jetzt wirklich nochmal die Bewegung hier reinmachen sollte, ah, ich weiß nicht. Also für mich selbst wäre das dann eher ein Scheitern der Formation als Fehler, weil hier sollte er nicht reinfallen. Der ist jetzt komplett hier rausgelaufen. Von daher, die Formation ist vorbei. Hier drunter, eigentlich muss man ja auch sagen, das Wort eigentlich ist hier schlecht, aber der Widerstand ist schon oft genug hier ausgeprägt worden. Allerdings hier unten hat man auch nochmal hoch. Das heißt, wir haben nicht eine saubere Zone, wir haben hier eine schöne Horizontale, aber darunter haben wir hier nochmal bei 60.000 die Horizontale und auch die 60.000 als Widerstandsmarke. Ja, von daher, ich will ihn selbst persönlich hier nicht drunter haben, aber darunter die 60.000 ist natürlich auch nochmal eine starke Unterstützung. Ansonsten, wenn wir weiter nach oben gucken, ich würde jetzt erstmal diese Linie als konservativste Linie hier ansehen. Das heißt, wir verbinden nur diese beiden Hochpunkte. Mehr haben wir nicht. Das heißt, zwei Auflagepunkte haben wir, aber wenn der Kurs hier hochläuft, dann sind wir irgendwo bei 67.000, nicht ganz 68.000. Das wäre erstmal ein Widerstand. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir jetzt hier nur runterlaufen, aber das ist schon mal eine Linie, die werden sich mit Sicherheit so die einen oder anderen auch angucken. Und da wird es auch erstmal Verkaufsaktivität in den Markt kommen. Ob da genug, ob die Bullen dann stark genug sind, um dann nochmal oben einen draufzusetzen, das müssen wir mal gucken. Aber bis dahin haben wir auch erstmal Luft und gerade die Altcoins sieht man ja auch immer in so einer Phase der Konsolidierung, wo Bitcoin momentan immer hängt. Da ziehen die Altcoins auch massiv an. Nicht der Gesamtmarkt, aber immer wieder einzelne. Die geben nochmal richtig Gas. Bei ETH haben wir hier mal diesen Kanal eingezeichnet. Jetzt ist immer die Frage, wo laufen wir denn hin, wo wollen wir hin? Hier haben wir im Gegensatz zu Bitcoin jetzt nicht so diese Horizontale ausgebildet. Da war das hier schon vorher. Das war schon am Anfang April, wo wir das gemacht haben. Also vor zwei Wochen. Da hatten wir die 1932er Zone und auch an die Zone sind wir ausgebrochen, wieder zurück zu der Ausbruchszone gekommen und dann sind wir erst losgelaufen. Da sieht man das eigentlich ganz schön, dass es sich eher lohnt, diese Retests immer wieder zu kaufen oder auch eher diese Position zu nehmen als die Ausbruchszone, da man ausbricht. Man ist in diesem Modus, ah ja, ich freue mich, super. Und diesen ganzen Weg, den man nach oben gegangen ist, macht man komplett wieder mit seiner Position zurück. Jetzt ist es immer schwierig zu sagen, kommt er zurück oder kommt er halt nicht zurück. Gerade jetzt bei Bitcoin haben wir jetzt eine ganz schöne Formation gehabt. Da haben wir jetzt hier eine Retest-Wahrscheinlichkeit von dem aufsteigenden Dreieck hier von 68% und das hat er auch getan. Es kann natürlich auch sein, dass er dann einfach das nicht macht und wegläuft. Von daher bietet es sich an, immer so vielleicht mal mit einer kleinen Position reinzugehen und zu sagen, okay, eine zweite kleine Position nehme ich auf diesen Retest, genauso wie hier. Dann hat man immer noch so dieses bessere psychologische Gefühl, ah super, wenn er zurückkommt, dann kaufe ich nach. Matic, da hatten wir uns auch schon mal angesehen. Das ist ganz nett hier unten, was wir hier sehen, einmal den Doppelboden, hier auch in einer schönen Rechteck-Konsolidierung das Ganze drin und wir sind jetzt hier an der Ausbruchszone bei der 43 Cent. Starker Widerstand, oft auch angelaufen. Hier jetzt schon ein-, zweimal angelaufen, kurzer Zeiteinheit. Mal gucken, ob der dritte Anlauf kommt. Hier muss man natürlich aufpassen, Fake-Outs, fiese Nummer. Wenn man seinen Stop legt, würde ich den auch unter das letzte Low hier legen, wenn es ein Breakout-Trade werden soll. Aber wenn er die 45 Cent sprengt, dann hat er auf jeden Fall ordentlich Potenzial. Und wenn er das Ganze hier jetzt hier oben nochmal drauf legt, dann sind wir auch schon hier oben irgendwo bei 56 Cent. Also wir machen auf jeden Fall hier ein neues, würde ein neues Hoch machen, wenn wir hier einen schönen Breakout sehen. Und so eine Formation, auch da gibt es Retests und Retest-Wahrscheinlichkeiten. Guckt euch einfach mal sonst das Video zu den bullischen Chart-Formationen an. Reef, das ist auch noch einer, ein ganz kleiner, Platz 137, habe ich euch mal mitgebracht. Das ist, ja, erst 2021 das Ganze gestartet, haben sich einige gewünscht. Ja, schwierig, schwierig. Wir haben hier oben auf jeden Fall einen Doppeltop gemacht. Das ist ganz klar. Also die 5 Cent, 5,6 Cent Marke hier ist definitiv ein starker Widerstand. Wenn wir da wieder hinkommen, wäre es seltsam, wenn wir da auf einmal durchschießen, sondern da oben würde er sich, wenn er da hinkommt und der Markt auf jeden Fall stark ist und der Chart stark ist, da würde er sich abarbeiten. Also durchaus möglich, wenn wir jetzt hier mal das Ganze als aufsteigendes Dreieck sehen und das jetzt mal als verfrühten Ausbruch sehen, dass wir vielleicht ein bisschen hier noch warten, bis wir ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis bekommen. Weil wir versuchen ja immer, das Ganze hier relativ weit nach hinten abzuarbeiten. Und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen es schaffen, wenn der Kurs sich ein bisschen Zeit lässt, sich nach hinten abzuarbeiten, wäre es natürlich super. Andernfalls könnte man natürlich auch hier sagen, in kleiner Zeiteinheit. Und ich weiß, einige haben es kritisiert, dass ich die Formationen nicht alle einzeichne. Aber ich versuche jetzt auch die nicht, dass wir hier so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation haben und hier oben als die Confirmation-Line haben. Auch das kann sein an sich. Auch da auf jeden Fall mit der 44, 45 Cent Marke ein interessanter Chart. Was man natürlich beachten muss, ist ganz klar hier oben die Marke. Von daher er kann sein, dass so ein Kurs bis hier oben hinläuft, ausbricht. Und den ganzen Weg hier wieder zurück macht und dann erst nochmal losläuft. Auch hier, wenn man das als Breakout traden sollte, wenn der Markt gerade so in Fahrt ist, muss man das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. So, jetzt haben wir uns ein paar Charts angeguckt. Und man muss insgesamt sagen, wir haben sehr viele Charts, die bereits schon gelaufen sind. Wir haben aber noch ein paar Charts, die sehen so auch ähnlich aus wie Reef. Guckt euch einfach mal um. Da sind so einige, die sind noch nicht ausgebrochen. Das heißt, wir haben noch bei einigen Potenzial, immer davon auszugehen, dass Bitcoin läuft. Aber aktuell sieht der Markt wirklich gut aus, sehr grün aus. Und auch im Gegensatz zu den letzten Wochen, wo wir immer nur ein paar vereinzelte Ausbrüche haben, haben wir jetzt auch mal wieder wirklich starke Ausbrüche. Ausbrüche, die auch weit über 10, 20 Prozent mit einem Move gehen. Also das, was wir natürlich von den Kryptos auch sehen wollen. Dann guckt euch auf jeden Fall die Charts an und guckt, wer noch Potenzial hat. Aber achtet vor allem immer noch auf höhere Hochs, wie jetzt hier bei Reef. Und geht nicht direkt davon aus, dass so ein Chart, nur weil er hier so eine Formation jetzt hier bildet, das möglicherweise als aufsteigendes Dreieck, dass er da sofort durchläuft und dann irgendwo zum Mond geht. Hier oben, das sind immer noch so Widerstände. Und das muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Nicht, dass man da unvorbereitet irgendwo mit einem zu hohen Hebel, wo reinläuft, wo man eigentlich gar nicht reinlaufen sollte und dann auf einmal überrascht wird. Das war es mit der Conject-TV-Kryptoanalyse. Danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Vince.